Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Der Challenge Meister Kanal Phänomenal hat mich vor wenigen Tagen auf YouTube abonniert und dies nehme ich zum Anlass eine neue Flatti Challenge ins Leben zu rufen. In dieser Flatti Challenge geht es darum einen 55 cm Krok. Seht ihr 55 cm ist der lang und der muss aufgegessen werden. Mal schauen ob ich das schaffe. Ich glaube da selber nicht dran. Bevor ich diese Challenge starte werde ich drei Leute nominieren. Ich nominiere Kanal Phänomenal, Ramses der Dicke und Natururin. So ich beginne jetzt die Challenge. Awesome. Okay. Okay, okay. Okay. Dieseatin denkelaughs genau ist nicht dann gleich und dann partout spiel einen Vielen Dank. 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 Also für meine Verhältnisse esse ich relativ schnell. Vielen Dank. 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 Wartet noch.